Herzlich willkommen zu den Most Actives hier live von der Börse in Frankfurt. Der Deutsche Leitindex, er hat es gestern über die 13.000 Punkte Marke geschafft. Heute hat er sogar die 13.100 Punkte Marke ins Visier genommen und war im Verlauf auch schon über dieser Marke unterwegs. Allerdings sind wir jetzt wieder rund um das Vortagesniveau unterwegs. 13.059, der aktuelle Stand, bedeutet nur noch ein Plus von 0,04 Prozent. Die Quartalsberichtssaison ist das große Gesprächsthema über dem großen Teich, aber natürlich auch bei uns selber. Es sind fünf DAX-Konzerne, die heute unter anderem ihre Zahlen präsentiert haben. Aber man schaut natürlich auch ein Stück weit voraus, denn morgen, da findet ja die EZB-Leitzinsentscheidung statt. Wir werfen einen Blick auf die meistgehandelten Werte beim Online-Broker Fladex. Da sehen wir an Platz 1 das Papier von der Deutschen Bank, gefolgt von Microsoft, Alphabet, der Mercedes-Benz Group und Adidas. Und wir werfen einen Blick auf Microsoft, denn da haben wir schon ein Unternehmen aus den USA, was Zahlen präsentiert hat. Und die Zahlen, die sind besser als erwartet im ersten Quartal ausgefallen. Trotzdem sind die Anleger verunsichert, denn es war das zweite Quartal in Folge, in dem der Software-Riese seine Wachstumsprognosen beim Cloud-Infrastruktur-Dienst nicht erreichte. Der Softwarehersteller, er bekommt den Kostendruck bei vielen großen Unternehmen und dann eben auch den starken US-Dollar zunehmend zu spüren. Der Umsatz erstieg um 11 Prozent, der Betriebsgewinn kletterte um 6 Prozent, das Nettoergebnis sank aber um 14 Prozent. Und der Ausblick, der verschreckte regelrecht die Investoren, heißt es. Und somit ist die Aktie im Anschluss an das Zahlenwerk eben auch nicht gefragt gewesen. Wir werfen einen Blick auf die Mercedes-Benz Group und das ist eins der fünf Unternehmen, was heute Zahlen aus dem DAX präsentiert hat. Trotz des schwierigen Marktumfeldes der Konjunkturlage baut Mercedes-Benz weiter auf hohe Verkaufspreise und hat erneut den Gewinnausblick für dieses Jahr erhöht. Im dritten Quartal gaben im Vergleich mit dem schwachen Vorjahreszeitraum die deutlich gestiegenen Verkaufszahlen Schub. Der Konzernumsatz, er wurde um 19 Prozent auf 37,7 Milliarden Euro gesteigert. Der Konzerngewinn, er verdoppelte sich auf knapp 4 Milliarden. Wir werfen aber auch einen Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Fladex, BASF, da an Platz 1, gefolgt von Volkswagen, der Deutschen Bank. Wir sehen aber auch Adidas und Eikstron. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Deutsche Bank, das zweite Unternehmen, was heute hier im DAX Zahlen präsentiert hat. Die Deutsche Bank ist im Rahmen der Zahlen fürs dritte Quartal mit einem Milliardengewinn unterwegs und konnte so durchaus überraschen. Trotz der verschlechterten Wirtschaftslage, die Aktie, die konnte zum Auftakt in den Mittwochshandel zum Teil auch an die 2 Prozent zulegen, ist dann aber relativ schnell sogar in den negativen Bereich gerutscht. Und als Begründung heißt es hier, zuletzt hat sich das Papier vor dem Hintergrund der Zinswende in der Eurozone deutlich erholt. Die Ziele, die wurden von Seiten des Vorstandsvorsitzenden bestätigt. Und Seewing sieht das Finanzinstitut voll auf Kurs. Im dritten Quartal verdiente die Deutsche Bank 1,6 Milliarden Euro, fast dreimal so viel wie vor einem Jahr. Und das ist das höchste Vorsteuerergebnis seit 2006. So viel von mir und hier. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.